Hallo meine lieben und wundervollen Steinböcke, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Meine Lieben, wir sind in der Zeitfrequenz Mai bis Ende September 2023. Für alle Steinböcke, die mich hier heute das erste Mal sehen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr möchtet, dann freue ich mich über ein Abo, dann unterstützt ihr mich. Ich freue mich auch, wenn ihr dieses Video teilt und liked oder mir einen Kommentar hinterlasst. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mich da unterstützt. Ich habe unter dem Video, habe ich den Button, also den nennt man Things-Button. Und da kannst du, wenn du mich über Paypal nicht unterstützen möchtest, kannst du mich auch gerne darüber unterstützen. Ich freue mich über jede Unterstützung jeglicher Art und ich freue mich auch, lieber Steinbock, dass du wieder oder jetzt da bist. Für alle, die hier neu sind, möchte ich euch ganz kurz was erklären. Dadurch, dass wir jetzt eine 14-tägige Legung haben, habe ich mir vor einiger Zeit überlegt, dass ich euch die einzelnen Wochen einzeln präsentiere. Das heißt, ich werde erst die dritte Woche jetzt legen, dann werde ich die vierte Woche legen. Ich werde beginnen mit den Weisheitskarten hier. Dann werde ich das Tarot befragen, um was es in jeder einzelnen Woche bei euch geht. Und klären werde ich mit den Lennemore-Karten. Und ihr werdet nach jeder Wochenlegung, werdet ihr eine Engelkarte bekommen, okay? So, meine Lieben. Ich habe hier den Heilsteinstab der Transformation, ja? Für den Mitte bis Ende September, für dieses Zeitfenster, ist die Energie des Loslassens verändern. Es sind auch immer noch einige dabei von euch, die noch nicht sich getraut haben, loszulassen. Oder die vielleicht auch noch nicht wissen, genau wie kann ich jetzt hier weitergehen. Ja, für die ist, wie gesagt, die Energie der Transformation nochmal ins Feld gekommen. Wenn du gerne eine persönliche Legung möchtest oder eine Heilarbeit, kannst du mich gerne anschreiben über WhatsApp oder auch per E-Mail. Am besten ist es mal über WhatsApp. Und das geht dann einfach am schnellsten. Du kannst auch gerne auf meine Homepage www.engelgefluster.de kannst du sehr, sehr gerne dir alles anschauen, was ich euch so zur Verfügung stelle. Okay, so, jetzt gucken wir mal für die Steinböcke in der dritten Woche. Ja, denk bitte mal daran, es kann ein Thema sein, es können verschiedene Themen sein. Wenn du damit nicht resonierst, bitte Mond, Venus, Aszendenzzeichen nochmal anschauen. Ich kann es nicht oft genug sagen und wenn du sagst, es ist gar nicht meine Legung oder es fühlt sich nicht gut an, dann bitte gerne raus. Okay? Nachdenken. Wir haben die 44, Quersumme 8. Ja, du denkst hier eventuell nach, wie kann ich weitergehen, wie kann ich hier vorangehen, wie kann es überhaupt in meinem Leben weitergehen. Du hast hier ein Thema in der dritten Woche, über was du nachdenkst. Wo du sagst, hm, ich weiß gar nicht. Ja, dann nimm dir die Zeit, das ist genau richtig, dass du hier sagst, ich muss erstmal nachdenken. Finde ich super. Nachdenken hat so ein bisschen meditative Energie. Vielleicht möchtest du auch draußen in der Natur nachdenken. Ja, weil hier ist ja der Himmel, das heißt, vielleicht sitzt du irgendwo an deinem Kraftplatz und denkst nach. Das ist gut, du bist hier auch ein sehr naturverbundenes Erdzeichen. So, ja, guckt mal, wow, wir haben die hohe Priesterin, lieber Steinbock. Du bist hier sehr, sehr wissend. Du bist entweder wirklich sehr wissend und erwacht oder du merkst gerade, wow, was passiert denn jetzt hier mit mir. Ja, deswegen nachdenken. Könnte auch sehr gut sein, dass du entweder in eine neue Wissenszeit gehst, das heißt, dein Wissen wird erweitert. Dann haben wir es hier mit einem energetischen Upload zu tun, dass du wirklich merkst, okay, es passiert hier was. Ich meine, die Energien sind extrem hoch im Moment. Wir haben ja auch in der Zeitfrequenz, die ich hier gerade für euch lege, ist ja Merkur wieder direktläufig, das heißt, die Kommunikation, die Energien sind doch etwas leichter wieder. Die Kommunikation ist besser. Die Missverständnisse heben sich auf. Page der Stäbe. Du wirst einfach wissen, du brennst für irgendwas. Vielleicht überlegst du dir, was kann ich Neues in meinem Leben, in meinem Feld kreieren und mit dem Page der Stäbe haben wir hier eine Frequenz, wo du sagst, ich habe da vielleicht noch keine Ahnung von dem Thema, aber ich möchte hier, ich brenne für irgendwas und ich möchte hier vorangehen. Ja, der Page ist immer jemand, der etwas Neues kreiert, für etwas brennt, was ausprobiert, wie so ein Azubi, sag ich immer, ja. Es könnte ein Bereich der Finanzen sein. Es könnte sein, dass du dich mit deinen Finanzen ganz stark auseinandersetzt. Wir haben hier die Acht der Kelche, dass du dir überlegst, wie kann ich hier einen Zustand verlassen, wo ich mich, ich sag mal, die Königin der Münzen, nicht die Königin der Kelche, die Königin der Münzen ist eine Energie, es kann deine Energie sein, du bist Münzenergie, keine Frage. Ich denke aber auch, dass du in Bezug auf wirtschaftliche Geschichten, du hier neue Wege gehst. Ja, weil du verlässt hier einen Zustand, ach der Kelche ist, ich verlasse einen Zustand und ich sehe dich hier als eher so kaufmännisch unterwegs. Also du bist nicht jemand, dem man irgendwas erzählen kann, du sagst, ja, natürlich, ja klar, ich glaube dir alles. Nee, du bist in dem Bereich, was du hier tun möchtest, das können die Finanzen sein, das kann das wirtschaftliche sein, weil ich immer wieder zahle und ich sehe auch immer wieder Geldfluss, Finanzen, dass du hier einfach neue Wege einschlägst. Ja, so, die Hohe Priesterin, vielleicht möchtest du auch investieren in dich selber, Kartenlegung, Heilarbeit, Ausbildung, irgendwas in dem Bereich. Ja, wir haben den Turm. Du ziehst dich zum Nachdenken zurück. Ja, also wir haben das Nachdenken, die Hohe Priesterin und den Turm. Und allein schon diese drei Karten sagen mir, dass du dich in der ersten Woche, in der dritten Woche, ist die erste Woche, die jetzt kommt dann, danach könnt ihr mich verstehen, ich rede heute irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also in der dritten Woche, meine Lieben, seht es mir bitte nach, in der dritten Woche wirst du, lieber Steinbock, dich zurückziehen, um eventuell dich an das höhere Selbst zu joggen. Ich sehe immer, ich sehe dich genauso und du lässt hier, ich muss euch das mal zeigen, du lässt letztendlich aus deinem Kronenchakra, lieber Steinbock, lässt du hier, du verbindest dich, du verbindest dich mit oben. Und das musst du auch tun, weil du hier für irgendetwas brennst. Und zwar sowas von, du bist sowas von Feuer und Flamme und du machst dir echt Gedanken, wie kann ich das Projekt umsetzen? Und das muss irgendwas mit Finanzen zu tun haben. Das kann die Arbeit sein, das kann eine Wohnung sein, irgendeine Anschaffung sein, irgendwas in deinem Feld möchte, ja, mit deinem Zuhause. Eventuell ziehst du um, ziehst du um oder renovierst oder schaffst dir irgendwas an, vielleicht eine neue Couch oder ein neues kuscheliges Bett, irgendetwas. Also irgendwas, was in Bezug auf entweder dein Zuhause oder aber die Stabilität zu tun hat, ja. Ja, so, wir haben hier die Königin der Münzen, das ist deine Energie. Schön ist, dass du sehr feminin bist in der dritten Woche. Ja, aber du hast noch nicht so den Plan, die Wolken, du bist noch so ein bisschen vom Kopf her blockiert. Und deswegen bist du auch so nachdenklich. Ja, und deswegen ziehst du dich nämlich auch in der dritten Woche zurück, lieber Steinbock, weil du hier ein Thema im häuslichen Bereich hast, wo du unbedingt was umsetzen willst und du weißt noch nicht wirklich, wie du das tun kannst. Oder dir fehlt wirklich die Stabilität und du willst im Bereich der Finanzen etwas verändern. So, wir fragen mal die Engel. Was gibt es hier für den Steinbock in der dritten Woche im September nach Merkur rückläufig? Was gibt es hier für eine Botschaft? Uh, heidewitzka Mutter Maria und Josef. Hier ist ja was los. Na, die Karten wollen nicht. So, die ist geflogen ohne Ende. Wow, wow, oh cool. Hier, 27, Quersumme 9. Engel für Tod und Wiedergeburt. Jeder Tod ist gleichzeitig ein Neubeginn. Entweder kommst du aus einem Thema, wo du gesagt hast, ich habe meine Arbeit verloren, ich bin dabei, meine Wohnung zu verlieren oder es wurde Eigenbedarf angekündigt oder die Miete ist zu hoch geworden, ich muss mich umorientieren, die Arbeit, es wurde Personal abgebaut. Denkt immer daran und jetzt hört bitte gut zu. Alles, was hier in die Beendigung geht, ist gut für euch. Warum? Weil es dann etwas Besseres für euch gibt. Ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Es ist euer Geburtsrecht. Und wenn hier irgendetwas in der dritten Woche von euch gehen möchte, Ja, meine Lieben, dann sagt Danke, liebe lichtvolle geistige Welt, für diesen wundervollen Impuls. Ich freue mich sackfisch darüber, weil ich weiß, jetzt kommt etwas Besseres auf mich zu. So, okay. Und das ist auch das, was hier transformiert werden darf im Übrigen. Hier möchte etwas in die Beendigung gehen. Wir haben hier die 10, wir haben die 4 und die 6, die 10. Es möchte etwas beendet werden. Hier geht etwas in die Vollendung, meine Lieben. Du gehst in eine absolute, ich würde mal sagen, ganz, ganz große Veränderung, lieber Steinbach. Die kündigt sich in der dritten Woche an. Okay, wow, ist das spannend. So, wir machen mal weiter. Die vierte Woche kann, wie gesagt, ein neues Thema sein, muss es aber nicht. Ich denke mal, das wird fortlaufend sein. Ja, es ist fortlaufend. Meine Lieben, es ist etwas, wo die lichtvolle geistige Welt sagt, Hey, guck mal Steinbock, du brauchst keine Angst haben. Die Zeit tickt. Es ist Zeit, dass du mit dem Nachdenken aufhörst. Dass du mit dem Grübeln aufhörst. Du darfst jetzt wieder aus deinem Rückzug rausgehen. Und du darfst jetzt weitergehen. Ja, es geht jetzt voran. Ja, ja, die 9, es soll etwas in die Vollendung kommen. Die 3 ist auch das Weitergehen. Ja, 3 der Stäbe zum Beispiel. Du hast ein Ziel, du hast einen Plan, du gehst weiter. Du weißt nicht wie. Du sagst, ich will nicht. Ja, aber es gibt dir Kraft. Aus diesem alten Zyklus rauszugehen, Steinbock. Und hier in einen neuen reinzugehen. Dass du weißt, dass die Zeit tickt. Das macht dich größer und stärker. Ja, die Kraft. Du bekommst jetzt Kraft. Kraft für das Weitergehen. Kraft für deinen Mut. Ja. Kraft für den Neuanfang. Kraft für die Wiedergeburt. Ich sehe das total positiv hier bei dir. Aber das ist auch Merkur direktläufig. Rückläufig war immer, man zieht sich zurück. Man denkt über die Themen, die nochmal hochkommen, nach. Und ab der 3. Woche merkst du einfach, dass es leichter wird. Aber die 4. Woche ist dann bei dir das Vorangehen. Nach dem Nachdenken kommt das Vorangehen. Stern, Klarheit, Wunscherfüllung. Sag ich doch. Du wirst dir jetzt in der 4. Woche deine Wünsche erfüllen können. Für etwas kann eine Wohnung sein. Was auch immer in dein Feld kommt. Ich weiß es nicht. Das weißt du am besten. Und auch du wirst dir genauso wie der Stier, du wirst dich dafür rechtfertigen müssen. Leute, ich sage euch mal was. Umso höher du auf deinen Berg kraxelst, umso mehr Menschen hast du, die es dir neiden. Was habe ich in letzter Zeit mit Menschen zu tun, die immer sagen, ey Katrin, ich habe so eine Schwierigkeit. Die sind so gegen mich. Die neiden mir das. Und die legen mir Steine in den Weg. Ja, warum? Weil ihr erwacht seid. Weil ihr weitergeht. Weil ihr den Mut aufbringt. Und aus eurem Nachdenken rauskommen werdet. Und ihr sagt, Tick, tack, tick, tack. Die Zeit, die tickt. Hier, Rückzug. Und du überlegst dir immer wieder, gehe ich nochmal in Rückzug? Gehe ich nicht. Konflikte kommen. Ich gehe zurück. Nein, du gehst bitte nicht zurück. Du gehst deinen Weg bitte weiter. Ja? Wenn jemand kommt. Wir haben hier, das ist auch nochmal Erdenergie. Ja? Das ist letztendlich auch deine Energie. Das ist aber Jungfrauenergie. Es ist, vielleicht suchst du dir auch ein Stück weit in deiner Energie, vielleicht diese Sorgfalt kriege ich rein. Gehe sorgsam und sorgfältig mit dir um. Ja? Was geht es bei dir in deinem Leben, wo du mehr Ordnung brauchst? Die Jungfrau ist eine ganz reinliche Energie. Ja? Wo musst du eventuell toxinisch, sagen sie mir gerade, wo musst du dich reinigen energetisch? Wo hast du in deinem Feld, lieber Steinbock, Menschen, die dir schaden? Und was tust du dafür, dass du dich von solchen Menschen reinigst? Ja? So, die Kraft. Um was geht es hier? In der vierten Woche. Die Zeit tickt, dass du in deine Kraft kommst. Ja? Genau. Es könnte sein, dass du Besuch bekommst. Und dass dieser Besuch dir die Kraft gibt und sagt, ey Mensch, komm, mach das doch. Das ist so toll. Ja? Glaube an dich. Ja? Mach es doch. Du weißt doch, du hast doch die Kraft dazu. Oder du machst dir selber ein Geschenk, indem du sagst, ich weiß, ich Steinbock weiß, wer ich bin. Ich Steinbock bin in einer so mega tollen Energie. Ich gehe jetzt weiter. Ich habe die Kraft dazu, mir das Geschenk zu machen. Das Geschenk liegt in der Klarheit. Ja? Klarheit, Wunscherfüllung. Um was geht es hier bitte? Ja? Ja? Da kommt jemand auf dich zu. Ich sag doch, ich glaube, du kriegst in der vierten Woche Besuch. Ja. Weil du etwas Neues anfängst. Es könnte sein, dass es jemand ist, der weiß, wenn du weitergehst, dann wirst du verlustig. Verlustig heißt, für die, die es nicht wissen, dass du für jemanden in den Verlust gehst. Also du entwickelst dich weiter und du lässt jemanden zurück. Oder eine Situation zurück. Du bist jetzt in der Zeitfrequenz, dass du weißt, du bist jetzt mal für dich selber verantwortlich. Du möchtest jetzt mal deine eigenen Dinge machen. Und lässt vielleicht mal Freunde, Familie, Bekannte hinter dir. Weil du sagst, es ist jetzt einfach mal meine Zeit. Weil Merkur rückläufig war ja auch eine Zeit, oder wo ich jetzt lege, ist ja eine Zeit, die ist nicht immer einfach. Aber, meine Lieben, wenn Merkur direktläufig ist, dann wird es auch wieder etwas leichter. Und das ist das, was du einfach spürst, weil du die Kraft wieder bekommst. Und wenn jemand in der Merkur rückläufigen Zeit, je nachdem, wann du das Video siehst, jetzt auf dich zukommt, dich besuchen kommt, und du bist schon ganz weit woanders, dann könnte es sein, mit 5 der Schwerter, dass dich dieser Mensch triggert. Oder, dass du hier dich verteidigen musst. Oder du einfach sagst, ey, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Also, irgendwie haben wir hier Konflikte, ja, in Bezug auf Beziehung. Es könnte sein, dass hier jemand in Bezug auf Liebesangelegenheiten auf dich zukommt, oder mit dem du in einer Beziehung bist, kann natürlich auch Familie sein. Und das, wie gesagt, dieser Mensch merkt, durch deine Weiterentwicklung bist du verlustig. Und das kann sein, dass es hier einen Konflikt gibt. Oder du hast einen Konflikt in der Beziehung und sagst, so, es reicht jetzt, ich gehe jetzt einfach meinen Weg. Ich tue mir das nicht mehr an. Ja, du hast auch Leute, die einfach dir mal erzählen wollen, wie es geht, ne. Vielleicht bist du auch nervös, oder es gibt Menschen, die dich nervös machen, ja. Das kann es hier natürlich auch sein. So, was sagen denn die Engel hier in der vierten Woche? Die Beziehungskarte, Konflikte in einer Beziehung, muss nicht Liebe sein, kann auch Arbeit sein. Vielleicht willst du auch deine Arbeit kündigen. Wir gucken mal, was ist denn hier? Engel für göttliche Kraft. Die vier, Stabilität, also 40, Quersumme 4, ja. Dadurch, dass du etwas beendest, in die Beendigung gehst, Wiedergeburt, Tod, es fängt was Neues an, wirst du stabil. Und das ist die Kraft, die sich hier widerspiegelt. Ja. Okay, mit deiner Hilfe komme ich in die göttliche Kraft. Bam, hier, da haben wir sie. Okay, also du brauchst dir gar keine Sorgen machen, Steinbock. Es liegt immer, natürlich ganz klar, immer alles an deinem Tun. Also wenn du sagst, du guckst jetzt mal, ob die Sonne scheint, das ist schön und du hast Erde und einen Blumentopf und auch die Samen und sonstig in der Sonne und pflanzt, aber weder den Samen in die Erde noch gießt. Und die Erde, dann wird auch nichts entstehen können. Das sind hier alles nur Tendenzen und das liegt immer nur an deinem Dazutun. Was tust du, um hier in die Verendung zu gehen? Was tust du, um hier in die Stabilität zu gehen? Was tust du, um hier überhaupt weiterzugehen, um hier aus dem Nachdenken rauszukommen, um zu sagen, okay, ich bin durch den Rückzug jetzt weiter. Ich bin, was das Thema Stabilität betrifft. Es kann auch deine eigene Stabilität sein im Übrigen. Oder ein Wohnungsthema. Was tust du dazu, um in die Klarsicht zu kommen, aus der Blockade in die Stabilität? Also, es ist immer dein Dazutun in all dem, was du hier hörst oder siehst. Okay, meine Lieben, wer mich unterstützen möchte, gerne den Thanks-Button drücken. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich unterstützt und ansonsten gerne abonnieren, das kleine graue Glöckchen drücken. Wie gesagt, egal was es ist, ich freue mich über alles. In diesem Sinne wünsche ich dir einen zauberhaften September weiterhin und wir hören uns dann bei der nächsten Legung. Und das wird die Legung sein für Oktober 2023. In diesem Sinne, ganz viel Licht und Liebe, macht's gut, ciao!